GbR Vertrag mit beschränkter Haftung Exklusiv als Einzelperson ganz legal eine GbR gründen Sichern Sie damit Ihr Vermögen und Ihr Einkommen perfekter ab denn je mit einer flexiblen Gesellschaft bürgerlichen Rechts Kein Zugriff Dritter auf Ihr Hab und Gut und kein Ärger mit anderen Gesellschaftern denn Sie sind der Einzige Zögern Sie nicht zu lange all Ihr Hab und Gut mit einem GbR Vertrag mit beschränkter Haftung rechtlich bombensicher zu schützen egal ob Sie eine Privatperson sind oder sich als Unternehmer aus den rechtlichen Schusslinien bringen wollen Nutzen Sie die GbR mit beschränkter Haftung Es geht ganz einfach Überraschen Sie Freund und Feind mit diesem rechtlich einwandfreien Trick Nutzen und entdecken Sie eine fantastisch neue Möglichkeit Ihr Privatvermögen vor den wirtschaftlichen Risiken clever abzusichern Das geht sogar bei Grundstücken, Immobilien aller Art, bewegliche und massive Vermögenswerte sowie die Verwaltung Ihrer Finanzen Ebenso sichern Sie über dieses System Ihre Gelder, Anlagewerte und Sparguthaben bei Banken und Sparkassen vor dem Zugriff Dritter bombenfest ab Und hier gilt besonders Baue einen Brunnen, wenn du Kraft hast nicht erst, wenn du Durst hast Das war das wunderschön Sie uns noch einmal Auch unbekommen und hier mit dem Schuss und den Brunnen und hier über den Brunnen und das ist die Schuss